hallo und herzlich willkommen zurück zum let's play von hoko live ja wir sind hier noch in unserem mietzimmer haben ja ein paar sachen auch hier reingelegt und jo ich habe vorher eine schlechte aufnahme gehabt wegen 4k auflösung und musste leider wieder auf full hd runter stehen weil das spiel hat so extremen cpu verbrauch ist mein 16 core cpu extremst an die limite kommt und das liegt daran dass ich hier in einstellungen wahrscheinlich oder kann man nicht mit gamepad da unten texturauflösung auf 100 prozent habe also das würde ich niemandem empfehlen mit schlechteren pc ist als mein super pc scheinbar geht es mir 4k gar nicht zusammen naja auf jeden fall habe es jetzt geschafft und deshalb habe ich hier einfach kurz etwas mitgenommen das ist das unten rechts glaube ich kaputtes schemel das muss man dann einer neuen dame die gekommen ist geben somit ihr muss ich nicht reden habe ich schon mit der oma so danke wie schön wäre es eine neue insekten art einen neuen petz zu entdecken ja gibt es leider nicht mehr so viele wahrscheinlich schon sehr viele aber man findet es ja nicht ich glaube bienen sind meine lieblings insekten wusste du dass eine honigbiene pro sekunde bis zu 200 mal mit dem flügel schlägt ja also libellen wusste ich dass sie sehr schnell ich habe vorher so einen schönen schmetterling gesehen aber ich hatte mein netz nicht dabei ich will auch ein netz ich gehe später zurück ich hoffe erst mal jemand da ich will ihn fangen oh ich will aber ein netz ich habe mich neulich dazu entschlossen etwas sport zu treiben jetzt tut mir alles weh ja du bist aber auch schon älter oder junge junge ok toll hat mir ja neulich gesagt dass ich gar nicht so mensch bin wie gedacht nett oder so langsam redet er auch mit mir also ich kann mir was ansprechen ist nicht gleich grummelig ich finde der frühling ist eine tolle jahreszeit um dinge zu erledigen findest du nicht vielleicht komme ich dieses jahr endlich dazu meine memorien zu eröffnen nicht ja wir starten ja im frühling was ist denn für ein frühling heute ja oma braucht hilfe genau da unten zehn der frühling ok ja wir haben jetzt zehn mal geschlafen natürlich da noch im live stream so man kann ich das denn ja noch lange nicht so drago basler kauf meine sachen jetzt nichts verkaufen wir wollen kurz schauen ja spiegel bodenspiegel und bergmotiv tapete also wenige drauf geht auch nicht mehr zwei fahrer drei fahrer hallo lass mich durch heute drago wird ja mit dem ganzen live stream gesperrt dinge und meg versperrt so es ist zehn uhr und ich habe 11 uhr 37 ist es nicht gerade das schönste wetter ok es scheinbar nix hier schon gewachsen ich schaue mal kurz wegen ich will immer ding start drücken ja wir haben kein holz also wir müssen ein bisschen holz fallen zuerst weil das schemel braucht sicher holz ich glaube nichts anderes aber ja vielleicht noch nägel oder so ich glaube eher nicht dingel steine so und ja ich habe herausgefunden dass diese bammstümpfe einfach dann plötzlich weggehen am nächsten tag oder so also die muss man gar nicht ausgraben wie in animal crossing new horizons zum beispiel ich werde es eventuell kaufen aber ich bin nicht so motiviert weil die patches die hören auf in einem crossing und es ist für mich einfach viel zu kindisch gehalten dieses spiel geht ja wirklich noch aber ich möchte nicht die ganze zeit so wirklich kuschelige sachen sehen und so ist nichts für mich ich werde aggressiv hey drago basler was geht und die haben an der stimme gemacht reparieren schäben na dann schauen wir mal nun ja das arme ding hat schon bessere zeiten erlebt aber es gibt nicht dass wir nicht reparieren können oh hey willst du ihn reparieren ja bitte super siehst du den tisch dort drüben der mit all den papieren und dem chaos das ist der entwurfstisch wenn du dort sitzt spürst du förmlich wie du dich die kreativität durchströmt zumindest tue ich das und du kannst entwerfen oder bearbeiten was immer du bist du was das bringt wenn du dort sitzt kannst du die möbel bearbeiten und reparieren und neue entwürfe entwerfen dass man sehen diese schämel kriegen im hand und rennen wieder hin ich glaube du musst nur das abgebrochene bein entfernen und dann ein neues bein anbringen ist er das holz was welches brauchst ich habe doch genügend gesammelt danke spitze okay gutes kling der entwickler denkt sich so ja der spieler wird überhaupt nichts checken nicht mal selber sammeln oder so einfach alles wird geschenkt und dann wirst du gerne arbeiten neu als plan als rucksack auswählen genau so er das spiel hat wirklich schon für anfänger gemacht aber dafür ist es wirklich ein spiel wo man lange dran bleiben kann da muss man halt einfach als profi natürlich schon ein bisschen ein auge zu drücken aber dafür ist es eben einfach richtig geil leitfäden ich kann da nicht und da jetzt einfach schauen wo das kaputte ist so und das muss ich entfernen lb ok und jetzt muss ich zurück hinzufügen gibt es ja viel zu sensibel jetzt muss ich irgendwie das wieder runter kriegen ja mit welchem button ok äh kannst du nicht mal anständig muss ich das echt mit der maus machen ja genau man kann ich mal man kann leider nicht mal ja wir machen das einfach mit der maus immer ich will nur die maus die ich will nur die kamera bewegen so schwer ok nach oben das ist ja einfach das kennt man ja ok dann noch drüben und dann wie kann man schräg machen das mache ich das einfach gerade ist jetzt auch nicht so schlimm ist es so schwer gotter wird der entwickler ist hat wirklich alleine entwickelt alles alleine und deshalb ist das spiel natürlich nie so weit wie animal crossing nie so ich würde es so empfehlen zu lassen also ich kann jetzt gerade nichts editier skalieren ich muss es einfach wieder hoch schieben ich will nicht skalieren ich will wieder bewegen so jetzt ist sie mir hin auf dem boden scheinbar noch mal nicht duplizieren skalieren dann machen wir das ein bisschen und es liegt sowieso überall und dann möchte ich das gerne drehen der trago der braucht irgendwie immer ein bisschen länger in solchen tutorials dafür macht es auch super was ich finde also verdünnen kann ich jetzt nicht oder ich lasse das jetzt einfach so ist mir egal wie es aussieht speichern sieht toll aus möchte ich ins speichern ja ich will speichern gut also also die steuerung die geht nicht auf einem auf der tastatur dafür geht das dass diese menü ist mit dem bewegen und so nicht auf dem gamepad müsst ihr halt wechseln gut gemacht diese schäme sieht ja jetzt viel besser aus ich wette oma wird zufrieden sein komm später wieder ja ich möchte über entwürfe mit ihr reden also ich glaube das ist so egal wie ihr das bein hinstellt ihr müsst einfach das bein hinstellen fertig also sagt immer sieht sehr gut aus ich denke es mal okay mit ihr habe ich geredet so durch die auflösungswechsel habe ich jetzt einfach alles mega groß bei obs es lässt sich nicht mehr das ist dufte jetzt muss ich nicht mehr aufstehen wenn ich koche das hast du gut gemacht danke trago basler ja bitte sehr hast du noch irgendwas oh hallo trago basler was soll ich tun mal schauen ich habe hier viele interessante insekten gesehen willst du nicht versuchen ein paar zu fangen endlich dankeschön liebe was soll ich tun sie sagt einfach das aber die quest ist leider noch nicht da okay dann gehen wir mal kurz zu ihm nochmals was soll ich hat nach dir gesucht also 2.000 kannst du dich dann bei ihr melden ok schon wieder mosquito netz 3 und 48 können es halt eben noch nicht leisten also man verdienen einfach viel zu wenig das ist leider so was wir jetzt machen ist kurz einfach ein bisschen farmen und dann verkaufen dafür müssen wir einfach halten natürlich nochmals den tag schlafen ist klar vielleicht auch zwei tage aber dann können wir noch ein bisschen die blumen uns einsammeln die brauche ich wahrscheinlich sowieso nicht so dringend immer viel die habe ich dann einfach im lager ähm ja reden müssen wir natürlich auch nochmal also gut also gut hallo und jetzt lass mich in ruhe hä hab ich mit denen schon geredet oh hallo brauchst du was trago basler ich habe den wald rund um die stadt erkunden und folgendes gefunden weiße farbe cool oder ich glaube es gehört oleander ich so ich so etwas ähnlich ging vor einige zeit verloren es ist nicht gerade so gutes deutsch man merkt es auch vorher schon mal szene gegeben aber ja es ist eben ein entwickler und wahrscheinlich ein schlechtes ähm translator team könntest du das überbringen sicher grossartig danke oleander ist wer ich glaube der da drin ah der ist erstes okay wirkt er draußen ist es zu hell für dich oje das habe ich ganz vergessen ich muss tolle unbedingt später dafür danken das ist ein dankeschön für dich pinkes holoshirt nein bitte nicht ein pinkes holoshirt können wir gleich verkaufen ne ich glaube ich sammle ein bisschen ein paar Sachen oh schöne kamera einstellung auch vorher war das irgendwie so ein problem wenn man halt von vorne immer alles sieht dass man dann irgendwo in ein gebäude glitscht oder in ein dach naja ich versuche gerade herauszufinden ob ich eine schatzurteil nehme oder einfach nur hinweise sehe wo gar keine sind ah ob ich an eine okay ja das macht Sinn wo gar keine sind ähm kann ich jetzt mit dir ich bin früh aufgestanden um nach einer besonderen Mottenart Ausschau zu halten die nur im Morgengrauen aktiv ist leider ohne Erfolg aber hey ich werde es weiter versuchen jo ist wahrscheinlich nicht mal so häufig also ja und wir haben die Blumen wenigstens das ist sehr gut okay also ich will es jetzt nicht unbedingt verkaufen müssen um Kraut ziehen da bekommt man scheinbar nichts okay ein paar Büschel haben wir hier die sind noch nicht reif da haben wir noch ein paar sehr schön okay ich möchte gerne den nach Pfaunaug haben scheinbar den gibt es auch ähm schwalbenschwänze sind zwar die bekanntesten okay die warsten wirklich jetzt auch live also was wir machen können steine hier am strand fahren ähm die tauchen eigentlich immer wieder sehr schnell auf ja ähm ja ich muss wechseln wieso steine geben nämlich relativ viel ah ich habe schon 232 ich habe wahrscheinlich 100 oder so bekommen ich kann jetzt momentan nicht schlagen aus irgendwelchen Grund ja das ist gerade ein bisschen verpackt hier schon bin ich voll oh Gott ich bin voll also dann gehen wir kurz zurück und verkaufen alles äh ich muss jetzt diesmal nicht einsammeln also ich tue eigentlich immer dann einsammeln wenn ich natürlich nicht in einer Aufnahme oder in einem Livestream bin weil sonst ist es natürlich schon relativ langweilig oder ich mache einfach das was ich kann und wenn ich nichts machen kann im Spiel dann machen wir halt ein bisschen ähm aufsammeln und verkaufen Sachen das muss für euch ja natürlich auch spannend bleiben hey Droge Basler Selly hat nach dir gesucht falls du Zeit hast kannst du dich dann bei ihr melden klar ähm ich möchte nur verkaufen ich kann jetzt nicht verkaufen was ist denn das für ein Mist sorry aber das geht viel besser ähm es ist natürlich Early Access also nicht alles stimmt natürlich glasklar wenn es jetzt mir irgendwas gibt und dann auf den Boden fällt oder so dann bin ich wütend also diese Sachen sollten eigentlich wirklich am ersten eingestellt werden und auch der Fenstermodus ich kann jetzt nicht rüber gehen mit der Maus ähm ich muss mit dem Alt-Tab drücken da muss auch gefixt werden oh hey Droge Basler ähm hat der Oma der reparierte Schirm gefallen ich wette ja richtig also ich hab nachgedacht da du diesen Schirm so gut repariert hast wirst du doch bestimmt ab und an um zu vorbeikommen deine eigenen Entwürfe machen oder? nicht immer nur kaputtes Zeug reparieren sehr gerne juhu in Wahrheit mach es mich ziemlich nervös jemand hier rein zu lassen geschweige denn mein Werkzeug überzunutzen aber du hast gute Arbeit gelastet und ich glaube ich kann dir vertrauen jetzt schon nach zwei Aufträgen und ich glaube ich kann dir vertrauen und naja außerdem ist es nett Gesellschaft zu haben besser als den ganzen Tag mit meinem Hammer zu reden hahaha wie soll ich dich ähm ja also ich hab mir gedacht wir fangen mit dem Grundlagen an was meinst du? packen wir es an super also gut zuerst gebe ich dir ein paar Pläne diese hübschen Dinge sagen uns was du siehst ich fehle keine Pläne ich hab voll und sie haben ein paar Regeln die du befolgen musst die Größe und so weiter so etwas wie ein Stuhl muss gut besitzbar sein haha also so ist es in der Art breit ähm nein ich bin nicht breit her damit bitte sehr also ok weiter es gibt viele unterschiedliche geformte Teile oder Einheiten die du für deine Entwürfe verwenden kannst aus diesen Teilen baust du und definierst du Dinge es gibt lange Teile kurze, weiche, gepolsterte Teile eigentlich alle Teile äh ja ich fange an mit einem mit einer Erstauswahl an wir wollen Johann auch nicht dass du gleich mit Teilen erstickst richtig ist doch mal egal ich bin sowieso hochbegabt hahaha das ist witzig ich bin hochbegabt oh bereit her mit den Teilen ok hier sind alle diese tollen Teile für dich ich glaube das reicht dass du mal losdrehen kannst es sind nur zwei Sachen und so trotzdem wie tue ich die jetzt ah die sind auf dem zweiten nehm ich da Platz oben das ist überhaupt richtig Holz also hast du für jedes Teil Holzbette ein Teil ist ein Holzbett könnte man sagen du kannst allerdings auch einige super schicke Teile bekommen die unterschiedliche Materialien benötigen aber dazu ein anderes Mal mehr ja wir wollen ja nicht überfordert sein gell Sally ja hallo hörst du mir noch zu nein ich bin richtig bored kannst du mir folgen nein ich weiß doch schon alles äh hahaha wow bin ich wirklich so langweilig ja strunzlangweilig für kleine Kinder ach du Schande ach du Schande na gut fertige Holzbette an Veränder sind deine Entwürfen du bist schlau nein ich bin nicht schlau ich bin sehr schlau ich glaube das wenn du es selbst dann hast ja klar alles klar auch noch was ich habe in dieser Werkstatt ganz viele verschiedene Pläne Anleitung versteckt ja versteckt komm vorbei wenn du auf eigenen Beinen stehen bist ne kann ich nicht weißt du ich bin erst ein Kleinkind es gibt einen Haufen Zeug in dem du dich mit diesem entwürfen Quatsch verbeißen kannst mach ich lass mich jetzt in Ruhe super cool ok also gut großartig sorry dass ich dich mit all diesen Informationen erschlage ja mhm hast du nichts gehört von Schule Berufsschule das habe ich alles schon gelehrt als ich 15 war juhu das wird toll dich hier zu haben zum entführen und so ich kann es kaum erwarten also ich lass dich jetzt gehen und ich bin gelangweilt tschüss ich bin gelangweilt über die Stimme wenn die Stimme nicht immer verstehen eieieie da kommt man von einem ähm Studium und Universität und findet so blöde Tiere hihihi nein gedisst wird später hihihi oh Drago Basler erzähl mir von was hast du auf dem Herzen Jungspun Sachen anbauen oh naja hm ich bin zwar kein Profi aber ich verstehe zu helfen du brauchst dafür eigentlich nur eine Schaufel und ein paar Samen wenn du deine Schaufel ausgerüstet hast kannst du Löcher graben darin neue Pflanzen setzen macht Sinn oder so wieso hat das Game nicht einfach so man setzt die Samen auf den Boden und sie werden mit der Schaufel eingegraben es ist so kompliziert weil das in Animal Crossing so ist und auch in anderen Games ich weiß nicht ob es in Stardew Valley und in Harvest Moon so war ich glaub auch äh Harvest Moon sicher und dieses neue da ähm weiß gar nicht mehr wie das heisst ich glaub schon ok also dann also das von den Harvest Moon entwickeln also wenn du deine Schaufel fändest grab einfach schöne kleine Löcher im Boden vor dir in diesen Löcher setzt du dann die Samen ein Blumen und Bäume kommen in die Löcher die du mit deiner Schaufel gräbst wenn du ein Samenbeutel ausgerüstet hast und vor allem in einem gegrabenen Loch stehst kannst du einfach deine Samen darin einsetzen und das war's eigentlich schon das ganze ist die Zeit gleiche mit den Blumen und mit den Bäumen gesaugt Blumen und Bäume brauchst du sonst eigentlich nicht viel aufmerksam sie war's auch so oh und ähm ich rede zu viel du kannst Pflanzen auch umsetzen wenn du möchtest stell dich dafür einfach mit der Schaufel für sie und grabe die Pflanze aus ist natürlich klar aber Bäume gehen ja nicht mehr das kannst du die Pflanze dann einfach an einem anderen Ort platzieren es funktioniert gleich wie mit Möbeln oder anderen Gegenständen hm ich glaube das war's dann alles war dann alles ok Lexikon bitte schließe dich zumindest alles was ich weiss ich hoffe ich konnte helfen Draugwasser gut dann bitte endlich verkauf endlich endlich kann ich Sachen verkaufen Greisbüschel also Holzscheide nicht verkaufen die brauche ich nicht anzupflanzen das weiss ich gar nicht ich will die Pflanzen für die für's färben noch ähm also es reicht leider nicht also genau diese also Holzbarsch möchte ich einen haben dann mache ich hier auch mal ok der ist sehr wertvoll der brachse ein verkaufen jetzt haben wir genug Geld jetzt können wir eigentlich pinkes holosch sieht aus es wird in Drogen getauft worden sein sorry in bunter Ölfarbe äh ich möchte jetzt den Kescher zuerst ja wir können es leisten gut der Kescher ist unser kann ich mal ausrüsten aber ja oh und Subwoofer möchte ich natürlich auch noch kaufen können ja ist gar nicht mal so teuer 160 leider haben wir jetzt wirklich kein Geld mehr dann äh aha ich hätte den Backpack zuerst kaufen sollen gut gut also ich hoffe das ist nicht so schlimm wie bei Animal Crossing sonst werde ich böse ja es ist so schlimm ok äh äh hallo er ist doch vor mir jetzt Tag Pfaunaga ok es ist nicht Nacht Pfaunaga ah Tag Pfaunaga ähm ja wir sagen halt in der Schweiz eher Nacht Pfaunaga weil es in der Dunkelheit bei uns immer herumschwirren oder es sind auch Nacht Pfaunaga wahrscheinlich ist es beide also es gibt Tag und Nacht Pfaunaga darum heißen sie auch Tag Pfaunaga ja schon klar aber dreimal der gleiche Schmetterling was ich wähle ist Zitronenfalter oder oh da ist ein Schwalbenschwanz genau ja 75mm oh ok oh direkt sehr schön also es geht schon schnell aber ähm ja es ist ein bisschen langsam das Fenster das aufploppt ein bisschen langsam ah und so kann man es auch fangen aber vorher hatte ich mega Mühe gehabt weil er zu weit oben war hm hm ok da haben wir noch einen ist das ein neun einen Tag Pfaunaga ja so also oh schau aus auf den ersten Blick also ähm fischen habe ich ein bisschen rausgekriegt was genau so wichtig ist wichtig ist einfach direkt immer in die gegenseitige Richtung drücken ok jetzt bin ich leider schon wieder voll unglaublich wie die entwickle uns immer wieder plagen mit ihren genau Zitronenfalter das sieht aber also eigentlich ist der Zitronenfalter ähm Ding ähm so olivgrün Schlüsselblumen Würfelfalte hm oh jetzt habe ich den weggeworfen scheinbar also das Symmetra ist immer viel zu gross also ich tue jetzt einfach noch die Schmetterlinge fangen und ein bisschen verkaufen damit ich dann in der nächsten Aufnahme ungefähr so 500 ja sagen wir so 700 Geld habe genau und da kann man natürlich auch noch Emotions machen also Peace Leute freudig habt Spass am Tag bitte nicht so depplich sein und ähm ja mir macht es natürlich noch ein bisschen traurig aber ja dafür ja ein schönes Tschüss Tschüss bis zum nächsten Mal und ja wir verkaufen noch kurz die Sachen damit ihr live dabei seid ja ich werde beide verkaufen Kreide jetzt zuerst mal diese Blumen und so in die Kiste tun und den Nachttisch so und dann haben wir keine mehr ja wir haben nur zwei geholt so wie viel Geld haben wir jetzt ähm steht wieder nirgends ich glaube die Schmetterlinge die geben nicht so viel kann ja sein jo also dann Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüssi hm ich weiß auch nicht aber ich hab viel zu viele Sachen naja bei 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 bei